Peter-Wagner-Immobilien. Wir verstehen Immobilien. Denn wir haben das Ohr permanent am Markt und erkennen Entwicklungen frühzeitig. So arbeiten wir erfolgreich in den Bereichen Gewerbe, Wohnen und Investment. Und das seit über 30 Jahren. Unsere Leistung ist einzigartig im Raum Augsburg und München. Denn wir verkaufen, vermieten und verwalten nicht nur Immobilien, wir beraten Sie auch und entwickeln neue Immobilienprojekte mit Ihnen. Wir sind die einzigen, bei denen Sie dieses Leistungsspektrum komplett aus einer Hand bekommen. Mit fundierter Beratung, ehrlicher Analyse und einer nachhaltigen Wertschöpfung. Und unserem eingespielten Team aus Bauingenieuren, Immobilienfachwirten, Betriebswirten, Wirtschaftsgeografen, Bilanzbuchhaltern und vielen mehr. Peter-Wagner-Immobilien. Wir überzeugen Sie gerne.